Unbewusste Reize beeinflussen dich. Alles, was du den ganzen Tag bewusst oder unbewusst siehst, hörst, riechst, schmeckst und fühlst, beeinflusst. Dein Verhalten, deine Denkweise, deine Laune, deine Entscheidungen, deine Stimme und vieles mehr. Die Beeinflussung kann leicht oder stark sein, aber grundsätzlich kann Menschen alles beeinflussen, was auf sie einwirkt, und das oft unbewusst. Die folgenden Dinge können deine Denkweise und dein Verhalten verändern und somit auch deine Stimme. Computerspiele Bilder Klang der Tastatur Körperfigur Gesicht Die Bequemlichkeit deines Bürostuhls Essen und Trinken Sehr leises Autobahnrauschen Die Lautstärke deines Computers Die Farbe eines vorbeifahrenden Autos Während du mehr oder weniger auf dein Handy schaust Und so weiter Schaue jetzt in die Videobeschreibung und Kommentare Dort findest du hilfreiche Links zu diesem Kapitel Die Bequemlichkeit deines Bürostuhls Die Bequemlichkeit deines Bürostuhl Die Bequemlichkeit deines Bürostuhl ドoped Sitten Wird 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 Wird